Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. In der Größe einer Ananas? Meine Damen und Herren, Londons Untergang. Die Operation läuft unter dem Namen Freshman. Eine Einheit aus Norweger wird vorausgeschickt. Was soll ich tun? Was denken Sie? Sie stellen die Einheit zusammen. Wir produzieren schweres Wasser. Dann die Bombe. Die Welt, wie wir sie kennen, wird aufhören zu existieren. Sie sind nicht bereit. Doch sind sie. Los! Eine Einheit aus fünf ortskundigen Männern. Sie werden über den Berg abgeworfen und die Schwerwasseranlage bleibt ihr einziges Ziel. Unsere moralischen Verpflichtungen sind nie größer gewesen. Mach, dass du dort wegkommst, Hörer. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.